Für Vestaflex war es hauptsächlich Offenheit und Flexibilität. Die Flexibilität ganz speziell für die unterschiedlichen Sparten, in denen wir tätig sind, auch die verschiedenen Branchen. Bei der Offenheit muss ich sagen, da kam es uns darauf an, die Integration von Fremdanwendungen. Oxion passt zu uns. Ich gebe da ein Beispiel, die Anbindung an Marktplätze, sowohl für Kunden wie auch Lieferanten. Im Beispiel der Kunden kann jeder Kunde dort online sich den Auftragsstatus angucken, Preise und Verfügbarkeiten nachschauen. Und was mir unter dem Begriff Offenheit auch noch einfällt, ist die Integration von Linux wie auch OpenOffice als neuen Trends, die wir im Hause realisieren, wie auch die grafische Oberfläche, das Jet, als wichtigstes für uns die Einbindung von Heimarbeitsplätzen oder auch dem mobilen Außendienst.